Wenn alte Requisiten ihren Weg aus Niederungen des Kopitzer Kirchgemeindezentrums zurück ans Tageslicht finden, dann sind die Weihnachtsfeierlichkeiten nicht mehr weit. Bis zuletzt war jedoch unklar, wie diese in Pirners Gotteshäusern ausgestaltet werden können. Ich glaube, wir können uns jetzt relativ gut auf die jüngsten Verordnungen verlassen, die die Bedingungen festlegen. Und von daher steht fest, wir können Weihnachten in Kirchen feiern. Für Pfarrer Epperlein ist demnach Eile geboten. Es ist höchste Zeit, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Das heißt, dass wir für Heiligabend in allen Vespern, sowohl in Kopitz als auch in der Marienkirche wie in Zuschendorf, Sitzplatzberechtigungskarten, wie wir es nennen, ausgeben. Das heißt, man muss nichts kaufen, aber man braucht eine Karte, um einzutreten. Und natürlich gelten die 3G-Regeln, die auch am Eingang dann am Heiligen Abend kontrolliert werden. Die Karten für die evangelisch-lutherische Christfesper sind ab sofort im Kirchenamt erhältlich. In den Gebetshäusern gilt es jetzt, für die notwendigen Sicherheitsverkehrungen Sorge zu tragen. Das heißt konkret Stuhl reinstellen und Abstände abmessen. Doch nicht nur die Räumlichkeiten müssen verändert werden, sondern auch die Ausgestaltung der Christfesper selbst. Was Krippenspiel betrifft, wir zeichnen auf, wir organisieren Beamer, die wir in genügender Anzahl haben, dass wir an verschiedenen Stellen diese Krippenspiele zeigen können. Also es gibt eine ganze Menge zu tun, was anders ist als die gewohnten Abläufe. Und ja, da hat man so das eine oder andere, was vielleicht auch droht, hinterzufallen. Zum Glück sind wir ein gutes Team, wo die meisten dann noch sagen, hier, das ist noch zu bedenken und das ist noch zu bedenken, sodass wir, glaube ich, ganz gut gewappnet auf die Weihnachtstage zu gehen. Für diejenigen, die den Weg in Penners Gotteshäuser nicht antreten können oder wollen, haben wir eine Alternative. An Heiligabend senden wir ab 16 Uhr eine aufgezeichnete Christfesper. Weitere Optionen bietet die katholische Kirche. Aber auch hier herrschte lange Unklarheit. Genauer gesagt bis vergangenen Sonntag. Seit Montag weiß Pfarrer Vinzenz Brändler nun, dass wir die Sicherheit haben, dass wir genau mit den Vorschriften, die wir also kennen, was die 3G-Regel betrifft, dass wir so auch jetzt für die Christnacht planen können. Das heißt mit der gegebenen Vorsicht und all den Dingen, die wir schon gewöhnt sind, dass wir auch da so in die Sachen eingehen können, was aber für uns einen doch sehr erheblichen organisatorischen Aufwand bedeutet. Besagter Aufwand beginnt hier vor allem bei der Platzvergabe. Interessierte können sich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag telefonisch anmelden. Dies sei aber handelbar, so der Pfarrer, da ohnehin nicht mit einer dreistelligen Besucheranzahl zu rechnen ist. Selbst wer sich nach Heiligabend entscheidet, ich komme, wird, soweit ich das sehe, nicht nach Hause geschickt werden müssen. Er muss nur dann denken, dass er auch den Nachweis mitbringt, dass er entweder genesen, geimpft oder getestet ist. Viel schwieriger als die Platzreservierung sei es, sich um die Bereitstellung der geforderten zusätzlichen Dienste zu kümmern. Es ist nicht einfacher, jemanden zu finden, der sich zusätzlich dorthin stellt und dann nicht weiß, wer da alles so erscheint und was dann die sagen. Also man merkt von Zustimmung und Bekräftigung bis hin ablehnende Worte und noch dumme Bemerkungen. Und ich verstehe auch, dass manche sagen, oh, das kann und will ich mir nicht antun. Und das macht es eben nicht so leicht in diesen Tagen. Wie bei den evangelischen Glaubensbrüdern und Schwestern wird auch bei den Katholiken mit einem angepassten Programm zu rechnen sein. Die Kinder haben nicht ins Spiel eingeübt, was jetzt nicht ging, sondern die Familien haben also auch mit Video hantiert und mit Internet und all den Dingen. Und da wird das also zu sehen sein auf der Leinwand. Wir sind selber gespannt, wie das ist und wie es wirkt. Veränderung ist gewiss nicht immer leicht. Vielleicht und gerade in dieser Zeit aber auch einfach eine Chance. Veränderung ist das als Prozess. ие Dahl